Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay-Mollower-Fast 2, Team Deathmatch Karachi, mit meinem Kumpel Ravi-Azor. Guten Tag. So, Steam hat halt irgendein Problem. Vielleicht könnte man in die Kommentare schreiben, was da wieder los geht, ob sie sabotage mit den Spielen oder was. Ich habe einen blöden Selfie. Wie zählte Match ist es jetzt? Das dritte. Ich glaube, es ist 5, oder? Ja, könnte sein. Ich habe meine Erfüllung gelöscht. So. Meine Versorgung, Steam hat zwei zu was von nicht hingekriegt. Alle paar Minuten sind rausgeflogen. Weil die Steam-Probindung gefeiert ist. Sei von Arsch. Steam braucht man nicht. Nee. Steam braucht man schon, die müssen es bloß mal einbringen. Nein. Bei der ersten Kälte, das passt. Nein, wir wissen, wir wissen, wir wissen, dass Camper nicht teilsen. Ja, doch nicht. Ein paar Milch sind mit der Steam-Verbindung rausgeflogen. Oh Gott. Alter. Ich habe ein ungültes Gefühl. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was die heute machen, aber auf jeden Fall machen sie es verkehrt. Host-Migration. Ich habe so das Gefühl, du hast es gerade rausgeflogen. Oh Gott. Nee, die kommst du auf die Idee. Ja, also wie schon gesagt, weil sie wisst, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Ich würde es mal interessieren. Und ich glaube auch. Und falls, und wenn ihr euch aufregen wollt, bitte nicht in die Kommentare, sondern nach Steam schreiben. Ja, da gibt es so lieben Knopf in Bayern, bei Steam in den Präsum. Eine Beschwarte einreichen oder so. Bitte lasst. Bitte belastet euch. Lasst euch bei denen, nicht bei uns. Hey, da sitzt doch noch irgendjemand. Ich will das dumme Gefühl, das wir gleich wieder auslegen. Was? Die Sendung hatte nicht zu sein. Vorrede. So. Oh, jeder ist die Bemerkung durchgefallen. Ja, dann geht's. Ich kann auch lesen. So, Vorredeabwurf. zu diesem Gefühl ich flieg gleich raus Predator Throne wurde ihm präsentiert von deiner Mutter der ist wieder so flüssig Korni so dass die Verbindung immer weil jemand rausfliegt wo das Wort ist mit meiner Aufnahme bis zum Flüssiger dann bloß für uns scheiß weil wir dann keine Gegner mehr haben irgendwie leckt das wenn wir das Gold ist gelagten das Leckler auch immer noch so ist es wieder gefangen ich weiß ja nicht was du hast so irgendwie leckerlich es ist ja gerade wieder schneller geworden die Aufnahme ich habe das Gefühl er fliegt das Gefühl er fliegt gleich wieder einer raus das Flaps ist das ist da fast so ein Vorbote jawohl oh Messer nein du tötest mich jetzt nicht bist du im Gegner Team? nö nein das ich hatte gerade Vorrede und wollte Predator und da wie so muss mich noch mit einem Scheiß C4 killen das Vorrede wo bist du dir? ich hab doch noch einen Pfeil Snack & Snaps Team Speicher Speicher da wird alles klar nö irgendwie verrückt ich halt ein noch eins auch mal anderem ich hab da ich hab da ich hab da ich hab da da kann ich dir nur recht geben so das nächste ist geflochten Alter, das ist ja ein richtiges Rein-Ausscheiden ach ne Luftschlag da läuft er die Verbindung gescheiter beim nächsten das ist ein schönes Ding da ist ein Volltreffer der Achtung, genau der Moment der macht keinen Augenblick da knall ich ab hab nur noch meine Sam-Tags in der oder in der die 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 meine versähe das ist so unzählig ah letztens habe ich gemacht was mit akkupiertem Fass mit meiner Granada so ich hoffe euch hat die Runde ich hoffe die Runde hat euch gefallen und ihr werdet mir gerne wissen was mit Steam ist